Entdecken Sie mit uns nun die Vielfalt des Alpbachtales und Tiroler Seenlandes im Laufe eines Jahres. Die Region liegt zwischen den Kitzbühler Alpen und dem Rofangebirge, inmitten einer imposanten Bergkulisse. Über 900 Kilometer markierte Wander- und Spazierwege garantieren Bergerlebnis pur. Als Einkehrmöglichkeit finden Sie über 30 bewirtschaftete Hütten. Das markante Rofangebirge mit seinen imposanten Gipfeln Sonnwendjoch und Sargzahn sowie der fast 2500 Meter hohe große Galtenberg sind ein Paradies für alle Bergfreunde. Auch die Mountainbiker kommen hier voll auf ihre Kosten, ob einzeln oder in geführten Gruppen. 20 markierte und abwechslungsreiche Strecken warten auf Ihre Erkundung. www.mercapale.de 2.kw.ar